So Leute, herzlich willkommen. Wir wandern zum Next Level und versuchen unser Bestes. Ich hoffe, der Sound bleibt jetzt mal korrekt und wir müssen ihn nicht ausschalten. Das wäre ja sehr schön. Wenn wir jetzt mal... Ey, das läuft sehr flüssig. Endlich. Endlich mal wieder ein Level, was gut läuft. Hahaha. Juhu! Nein, wow! 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 Drecksdinger! Wow! Wow! Ihr blöden! Ja, ja, ja! Boah! Wie viele! Die bleiben und verfolgen einen die ganze Zeit. Braucht ihr jetzt irgendwie nicht viel, ne? Ich glaube, da sind nur Münzen runtergekommen, die man eh nicht sehen konnte. Boah, so ein Dreckskack. Nein! Nein! Schnell rein! Schnell rein! Huah! Oh, was ist das denn? Oh, jetzt muss ich erst mal überlegen. Wenn ich das freischalte... ...dann tut sich das auf, das auf. Dann muss ich das nach runter. Okay. Ich glaube, ich habe den richtigen... ...nicht Weg gefunden. Ich hoffe es! Schnell! Und... Ja! Geschafft! Mann, 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 da muss man aber auch nachdenken. Oh! Ich meine, ich hätte auch rechtes gegangen gehen können, das wäre dasselbe geworden. Aber... ...ist ja gut, wenn man sich das vorher mal anguckt, ja? Und dann einen Weg sucht. So, die erste Stuckhorn haben wir. Und diese dämlichen Raketen, die sind doof. Die sind doof. Aber die machen das Ganze natürlich ein bisschen schwerer. Das ist doch schön. Was? So ein Riesending. Aber die verfolgt mich nicht, ne? Ach, du heilige Scheiße. Ähm, ich muss irgendwie da oben hinkommen. Wow! 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 Nein! Nein! Warum nur? Nochmal. Kein Problem, ne? Mach ich noch mal. Wir haben eh eine Starcoin verpasst. Wie es aussah. Komm, wir rennen einfach mal durch. Wir wissen ja, wo die erste Starcoin und so ist. Fuck, ey. Hör auf zu tuten, ey. Hör auf zu tuten! Mann! Okay, ich mach den Zahn wieder aus. Ihr wisst, dass das nervt doch einfach nur, ey. So, wir wissen jetzt, wo wir lang müssen. Äh. Natürlich müssen wir den Weg auch treffen. Nein! 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 Was soll ich jetzt tun? Nein! 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 Warum nur? Äh! Ich krieg's kotzen hier. Wurde ich noch mal zurück, wa? Egal. Tschüss! Ja, herzlichen Dank. Wunderschön. Der Dings ist natürlich nicht mehr da, der P-Switch. Das heißt, wir können uns umbringen und nochmal ins Level reingehen. Denn wir haben noch nicht mal die erste Starcoin bekommen! Scheiße, verdammt, der nochmal! Aber eigentlich können wir auch die zweite suchen. Ich mein, wir können das aber auch natürlich umbringen. Die zweite ist wahrscheinlich irgendwo, irgendwo, irgendwo versteckt. So, wir geben uns jetzt Mühe. Und ich setze mich mal richtig dran hier. Schieb das Micro mal ein bisschen rüber. Ein bisschen runter auch vor allem. So. Jetzt sitze ich nämlich mal bequem. Das ist ja wichtig beim Zocken, ne? Man muss ja voll die, ne? Agilität des menschlichen eigenen Körpers ausnutzen können. Ach, fuck you. Aber immerhin kriegen wir unser Leben jedes Mal hier wieder. Das ist das einzige Positive hier dran. Aber hier kann man relativ gut durchrennen. Ja, das kann man. Aber dadurch verpasst man natürlich auch viel, ne, Leute? So, jetzt aber Concentration. Das ist so behindert, dass das so klein ist. Okay, der Weg war um einiges einfacher und auch kürzer. Den hätte ich vielleicht auch sofort mal nehmen können. Aber na gut. Wer weiß das schon von vornherein, ja? Da sind ja Wolken. Man hat ja nicht alles gesehen. Was ist das da oben? Hat doch auch irgendwas zu sagen. Ah, Mann, oh, ich würde gerne wissen, wie es da oben ist. Ja, wir haben es geschafft. So. Genau. Ich will wissen, was da ist. Deswegen rede ich jetzt los. Und gucke, was hier ist. Und gucke, was hier ist. Und gucke, dass hier ein Starcoin ist. Schön, das ist die zweite. Und hier hinten wird dann die letzte sein. Oh, Geilomatiker. Ist das geil oder was? Ich hoffe, wir schaffen das jetzt auch. Vernünftig. Vernünftig ist wichtig. So, rüber. Immer zu den richtigen Momente muss man abwarten. Denn sonst kann man nicht treffen, das auch. So, hier warte ich jetzt auf diesem Ding. Das ist ein paar Kennenchen geflogen-Komi. Und ich da oben endlich hierher springen kann. Das war ein schlechter Zeitpunkt. Das hätte ich nicht so gut geschafft. Na, komm, komm, komm schon, du Ding. du 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 da war wieder sehr wer ich hatte angst und so dass ich das obwohl ich meine büte und kommt der letzte sprung sitzen endlich juhu wenn man möchte kann man alles schaffen denn ddl d ja und der tat ja auch noch geschafft juhu bombelmann bombay level wäre beendet ich würde mich freuen wenn ihr es kommentiert und bewertet und dann natürlich auch wieder vorbeischauen auf meinem kanal für mehr videos wenn euch das hier gefallen haben sollte gibt es natürlich noch mehr auf meinem kanal zu sehen also bis zum nächsten mal skr-